Blauer Trott, Deine Farbe KFC! 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 Okay, liebe KFC-Fans, also ich bin mit meinem FC Baduz gleich nebenan hier. Und der Boss hier hat mich recht herzlich eingeladen in seinen Nobel-Tempel. Wirklich Haustier vom Allerfeinsten mit dem KFC-Team. Aber sehr nett von ihm, dass er mich noch mal auf ein Stündchen eingeladen hat. Zum Freundschaftsspiel gegen den KFC hat es leider nicht gereicht mit dem FC Baduz. Holen wir dann nach, vielleicht wenn die Grotenburg wieder saniert ist. In diesem Sinne noch ein gutes Rest-Trainingslager, Bossi. Dir auch! Danke, danke! Und ich sag mal so, bis bald! Genau, Gruß nach Hause! Gruß nach Hause, Gruß nach Hause! Ciao, ciao!